Die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen ist ein 2005-06 erstmals ausgelobtes Förderprogramm in Deutschland, das parallel zur grundlegenden Umstellung des Hochschulwesens durch den Bologna-Prozess anlief. Ins Leben gerufen wurde die Exzellenzinitiative von der damaligen Bundesministerin für Bildung und Forschung der Sozialdemokratien Edelgard Buhlmann, die mit der Idee der Organisation eines deutschlandweiten Wettbewerbs unter allen deutschen Universitäten im Januar 2004 erstmals an die Öffentlichkeit ging. Getragen wurde die Bekanntmachung von einem Entschluss des SPD-Parteipräsidiums einige Tage zuvor, der zum Inhalt hatte, die Rahmenrichtlinien für die Reform des deutschen Hochschulsystems voranzutreiben. Aufgeteilt ist die Exzellenzinitiative in die drei Förderlinien Zukunftskonzepte, Exzellenzcluster und Graduiertenschule. Insgesamt wurden in bisher zwei Förderrunden neun Zukunftskonzepte, 37 Anträge auf Exzellenzcluster und 39 Anträge auf Graduiertenschulen bewilligt. Die Durchführung der Exzellenzinitiative beruht auf Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern. Außeruniversitäre Forschungsorganisationen werden durch die Forschungsförderinitiative Pakt für Forschung und Innovation unterstützt. Die Hochschulen in Deutschland werden außerdem durch den Hochschulpakt 2020 gefördert, der vor allem eine Reaktion auf die wachsende Zahl von Studenten durch die Abschaffung der Wehrpflicht und durch doppelte Abiturjahrgänge ist. Entstehung Ursprünglich war es das Ziel, die Universitätslandschaft in Deutschland mit einem kräftigen Schub in Höhe von etwa 1,9 Milliarden Euro über vier Jahre verteilt aus den Einnahmen des Staates aus der Versteigerung der UMTS-Lizenzen nachhaltig zu verändern. Am 23. Juni 2005 wurde dann ein Kompromiss geschlossen, der auch die Unterstützung von Forschung an kleineren oder stark diversifizierten Hochschulen ermöglicht. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft und der Wissenschaftsrat wurden mit der organisatorischen Abwicklung und der wissenschaftlichen Begutachtung bzw. Begleitung beauftragt. Die Exzellenzinitiative wird in einem mehrstufigen Antrags- und Begutachtungsverfahren in zwei Runden durchgeführt. Vornehmlich internationale Gutachter bewerten die Qualität der eingereichten Antragsskizzen und geben Empfehlungen hinsichtlich der Förderfähigkeit ab. Die endgültige Entscheidung über die Aufforderung zur Antragstellung und die Förderung trifft ein gemeinsames Gremium aus DFG und Wissenschaftsrat. Auf Basis der Gutachterempfehlungen. Die Exzellenzinitiative ist dabei als ein Wettbewerb von thematisch geschlossenen Forschungskonzepten zu sehen. Sie wurde bewusst als solcher konzipiert. Die Lehre als solche. Ihre Qualität und ihre unterschiedliche Ausprägung je nach Hochschule spielt in diesem Verfahren keine Rolle. Dies lag in der Föderalismusreform begründet, die dem Bereich Lehre den Ländern zu erkannte. Einzig in der Förderlinie graduierten Schulen kommt der Lehre als spezifischem Element einer strukturierten Doktorandenausbildung eine gewisse Bedeutung zu. Diese hat jedoch nicht den Stellenwert wie bei einem grundständigen Studiengang und ist in ihrer Ausrichtung nicht vergleichbar. Förderlinien. Die Exzellenzinitiative umfasst insgesamt drei Förderlinien. Graduierten Schule, Exzellenzcluster sowie Zukunftskonzepte. Graduierten Schule. Die Förderlinie Graduierten Schulen dient der Ausbildung von Dr. Anden in einem breiten Wissenschaftsgebiet unter exzellenter wissenschaftlicher Begleitung und hervorragenden Randbedingungen. Die Forschung der beteiligten Professoren tritt in den Hintergrund, während die Forschung der Doktoranden im Vordergrund steht. Für jede graduierten Schule stehen ungefähr eine Million Euro zur Verfügung. Exzellenzcluster. Die Exzellenzcluster genannte Förderlinie der Exzellenzinitiative stellt die wissenschaftliche Forschung zu einem weiter gefassten Themenkomplex an. Einem Standort in den Vordergrund und wird mit ca. 6,5 Millionen Euro gefördert. Es geht nicht darum, ein bestimmtes Teilgebiet eines Faches zu bearbeiten, sondern vielmehr 25 hervorragend ausgewiesene Wissenschaftler zu einem Thema von gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher Relevanz zusammenzubringen, das gemeinsam bearbeitet wird. Dabei sind strukturelle Auswirkungen auf das organisatorische Gefüge einer Universität ausdrücklich gewollt. Zukunftskonzepte Das Zukunftskonzept beschreibt die langfristige Entwicklung einer Universität in der Forschung. Es umfasst die Fokussierung auf bestimmte Themengebiete. Die Zieldefinition für die gesamte Universität sowie die Beschreibung des Weges dorthin, also der strategischen Entwicklung. Eine erfolgreiche Bewerbung setzt die Einwerbung von mindestens einem Exzellenzcluster und einer graduierten Schule voraus. Die elf für ihr Zukunftskonzept ausgezeichneten Hochschulen werden allgemein als Elite-Universitäten bezeichnet. Erste Runde der Exzellenzinitiative Terminergebnis Aus den zehn Universitäten, die in der ersten Runde zur Antragstellung für die Förderlinie Zukunftskonzept aufgefordert wurden, wurden am 13. Oktober 2006 die LMU München, die TU München und die Universität Karlsruhe ausgewählt. Sie wurden in den folgenden fünf Jahren mit insgesamt jeweils 21 Millionen Euro gefördert. Voraussetzung waren positive Bewertungen von mindestens einem Exzellenzcluster und mindestens einer graduierten Schule. Neben den Zukunftskonzepten wurden in den beiden anderen Förderlinien 18 weitere Universitäten jeweils in Millionenhöhe berücksichtigt. Alle geförderten Projekte werden im DFG-Videoportal zur Exzellenzinitiative in einem kurzen Filmporträt vorgestellt. In den Medien wurde über einen Streit zwischen den Vertretern des Bundes und der Länder und dem Gremium aus DFG und Wissenschaftsrat berichtet. Die dabei anwesenden Politiker seien darüber unglücklich gewesen, dass sie in der endgültigen Entscheidung über die Vergabe der Fördermittel keinen Einfluss nehmen konnten. Zukunftskonzepte Graduierten Quelle Bundesministerium für Bildung und Forschung Exzellenzcluster Zweite Runde der Exzellenzinitiative Termine Im Gegensatz zur ersten Runde der Exzellenzinitiative gab es diesmal eine Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftsrat, der Deutschen Forschungsgemeinschaft und Politikern, zunächst takten der Wissenschaftsrat und die DFG alleine zusammen. Dabei wurden von den Universitäten, die einen Antrag für die dritte Förderlinie stellen sollten, die RWTH Aachen, die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und die Universität Konstanz als sichere Kandidaten für die Zukunftsförderungsrichtlinie ausgewählt. Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und die Freie Universität Berlin wurden dagegen als Wackelkandidaten eingestuft. Die Ruhr-Universität Bochum, die Humboldt-Universität Berlin und die Georg-August-Universität Göttingen sollten laut Ansicht der Wissenschaftler nicht in die dritte Förderlinie aufgenommen werden. Diese Einschätzung wurde daraufhin mit den Politikern diskutiert und die endgültige Liste gemeinsam erarbeitet, im Gegensatz zum Ablauf bei der Ersten Runde der Exzellenzinitiative. Ergebnis am 19. Oktober 2007 wurden die Ergebnisse dieser Runde bekannt gegeben. Auch die geförderten Projekte der zweiten Runde werden im DFG-Videoportal mit einem kurzen Filmporträt vorgestellt. Zukunftskonzepte Graduierten Schulen Exzellenzcluster Dritte Runde der Exzellenzinitiative Termine Am 12. März 2010 veröffentlichten die DFG und der Wissenschaftsrat die Kriterien für die dritte Runde der Exzellenzinitiative. Bis zum 1. September 2010 konnten die deutsche Universitäten ihre neuen Antragsskizzen für die Exzellenzinitiative einreichen. Insgesamt nahmen 65 Universitäten dies wahr. Diese reichten 98 Voranträge auf graduierten Schulen, 107 Anträge auf Exzellenzcluster und 22 Anträge für Zukunftskonzepte ein. Am 2. März 2011 wurden unter diesen Bewerbungen 25 Antragsskizzen von 18 Universitäten für graduierten Schulen, 27 Antragsskizzen von 24 Universitäten für Exzellenzcluster und 7 Antragsskizzen für das Zukunftskonzept aufgefordert bis 1. September 2011. Vollanträge einzureichen. Bereits in der ersten und zweiten Runde der Exzellenzinitiative genehmigte Projekte waren automatisch aufgerufen, Fortsetzungsanträge zu stellen. In der dritten Förderlinie, dem Zukunftskonzept wurden, neben den bereits in den ersten beiden Runden genehmigten Zukunftskonzepten, die Humboldt-Universität zu Berlin, Ruhr-Universität, Bochum-Universität Bremen, Technische Universität Dresden, Johannes Gutenberg-Universität Mainz-Universität zu Köln und die Eberhard-Karls-Universität Tübingen ausgewählt. Eine gemeinsame Kommission aus Vertretern der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Wissenschaftsrates der Bundesregierung bewertete bis zum Juni 2012 die Vollanträge. Die gemeinsame Kommission gab Empfehlungen an den Bewilligungsausschuss weiter, dem neben den Mitgliedern der Kommission auch die für Wissenschaft zuständigen Minister des Bundes und der Länder angehörten. Der Ausschuss entschied daraufhin, welche Anträge bis Ende 2017 mit insgesamt 2,7 Milliarden Euro gefördert werden. Die Mittel werden zu 75 Prozent vom Bund und zu 25 Prozent von den Ländern bereitgestellt. Am 15. Juni 2012 gab der Ausschuss aus Bund und Ländern die elf Universitäten bekannt, die sich fortan mit dem Titel Elite-Universität schmücken dürfen. Die Humboldt-Universität zu Berlin, die Universität Bremen, die Technische Universität Dresden, die Universität zu Köln und die Eberhard-Karls-Universität Tübingen wurden neu benannt, während die RWTH Aachen, die Freie Universität Berlin, die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, die Universität Konstanz sowie die beiden Münchner Universitäten den Elite-Status verteidigen konnten. Hingegen verloren die Universität Freiburg, die Georg-August-Universität Göttingen sowie das Karlsruher-Institut für Technologie in dieser Runde den Titel wieder. Die elf mit dem Gütesiegel versehenen Universitäten liegen in sechs Ländern. Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Bremen und Berlin. Zehn Länder sind leer ausgegangen. Außer den Nordländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern werden Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland keine Exzellenz-Universität aufweisen, Zukunftskonzepte Quelle. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Wissenschaftsrat, Graduierten-Schulen, Exzellenz-Cluster, andere Modelle. Die Sächsische Exzellenz-Initiative im Freistaat Sachsen erhielten in der ersten Phase lediglich die Technische Universität Dresden für einen Graduierten-Kolleg und einen Exzellenz-Cluster, sowie die Universität Leipzig für einen Graduierten-Kolleg-Förderung aus der Exzellenz-Initiative von Bund und Ländern. Die sächsische Regierung hat im März 2007 beschlossen, ihre vier Universitäten mit zusätzlichen 110 Millionen Euro bis 2013 aus Geldern des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung in der Spitzenforschung zu fördern. Dabei soll vor allem die Nano- und Mikroelektronik in der Forschung unterstützt werden. Die bisher bewilligten Anträge beziehen sich auf das Forschungsfeld Biotechnologien. Vor allem in Dresden wird auf die enorme Forschungsförderung in konkurrierenden Regionen der Mikroelektronik wie Elbney und Grenoble verwiesen. Kritik Hubert Makel meinte, dass die seit geistschlüpfrigsten Anträge honoriert werden. Fokus auf ökonomische Verwertbarkeit Mit der Exzellenz-Initiative reagierte die Bundesregierung auf das Lissabon-Programm der EU von 2000. Darin verpflichten sich die EU-Mitgliedstaaten. In ihre Bildungs- und Wissenschaftssysteme zu investieren. Um Europa so bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. Die Elite-Exzellenz-Initiative dient dazu, den Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig stärken. Seine internationale Wettbewerbsfähigkeit verbessern und Spitzenforschung an deutschen Hochschulen sichtbar machen. Kritiker werfen der Initiative vor, dass damit Wissenschaft grundsätzlich an ökonomische Verwertbarkeit gebunden sei und damit zum einen ganze Disziplinen geschwächt würden und zum anderen die Freiheit der Wissenschaft in Gefahr gerate. Stärkung der Forschung – Schwächung der Lehre Der Exzellenz-Initiative stehen für den Förderzeitraum von 2006 bis 2017 insgesamt 4,6 Milliarden Euro zur Verfügung. Davon sind für das Programm Qualitätspakt Lehre von 2011 bis 2020 lediglich rund 2 Milliarden Euro vorgesehen. Kritiker sehen darin eine schon in den 1980er Jahren begonnene Entwicklung fortgesetzt, in deren Folge die deutschen Hochschulen bei ständig wachsenden Studierenden zahlen finanzielle Zuwächse nur noch selektiv für ausgewählte Bereiche der Forschungsförderung erhalten. Die Finanzierung für Studium und Lehre sei im Wesentlichen eingefroren worden. Die Konkurrenz zwischen den Universitäten in Deutschland, in Europa und weltweit nehme durch derlei Initiativen zu. Dies führe letztendlich zu einer Aufteilung der Bildungslandschaft in ein Zweiklassen-Hochschulsystem und somit würde zwischen Elite und Masse unterschieden. Auf der einen Seite gibt es elitärer Spitzenforschung für Masterstudierende und einer Massenausbildung in Form des Bachelor, der dem Wunsch nach schnellstmöglicher Ausbildung für den Arbeitsmarkt Rechnung trage. Im Vergleich zur Qualität der Forschung spiele die Qualität der Lehre eine verschwindend geringe Rolle. Kurzfristige Planung Am Beispiel des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Göttingen, die den Status in der ersten beziehungsweise zweiten Runde erhielten und in der dritten entzogen bekamen, sehen Kritiker die Planungsunsicherheit für die Hochschulen dokumentiert. Der Status einer Exzellenz-Uni kann nach dem für eine nachhaltige Entwicklung kurzen Zeitraum von fünf Jahren entzogen werden, obwohl die Konzepte noch in der Umsetzung stecken und die Qualität an Forschung und Lehre, sofern überhaupt messbar, nicht nachlässt. Das Karlsruher Institut für Technologie scheiterte nicht wegen seines von der Fachwelt hochgelobten Zukunftskonzepts, sondern weil es der Universität in den ersten fünf Jahren nicht gelungen war, einen Cluster zu etablieren, der als förderungswürdig angesehen wurde. Das bedeutete ohne zweite Säule aber keinen Aufstieg zur Exzellenz-Universität. Gerade der Karlsruher Verbund von Universität mit Max-Planck-Instituten galt bundesweit als spannendes Modell, da die Bundesregierung Spitzenforschung wieder in die Universitäten holen wollte. Was nach der dritten Exzellenzinitiative 2017 passiert, ist unklar. Bund und Länder wollen keine vierte Initiative. Die damalige Bundesforschungsministerin Annette Schawan verhandelte 2012 mit einzelnen Länderkollegen und Funktionären aus der Wissenschaft über die Förderung der Initiativen für mindestens zehn Jahre statt wie bisher nur für fünf. Für eine Förderung durch den Bund von dauerhaften Einrichtungen statt der befristeten Initiativen wäre allerdings eine Grundgesetzänderung notwendig und diese würde die föderale Eigenständigkeit der Länder berühren. Zu den entschiedenen Kritikern der Exzellenzinitiative gehört der Jurist und Wissenschaftspolitiker George Tuner. Qualitätsverlust – Nachteile für nicht-elite-Universitäten Die deutsche Hochschullandschaft wurde gespalten. Die Arbeit der Universitäten, die nicht das Siegel Exzellenz-Universität erhalten, wird durch die nun bestehende Hierarchie zwischen Elite und Nicht-Elite erschwert. Studenten bevorzugen Elite-Unis gegenüber den normalen, Professoren müssen nur halb so viel lehren und bevorzugen sie ebenfalls. Neben der geringeren Versorgung gewöhnlicher Hochschulen mit staatlichem Geld haben sie es auf schwerer Drittmittel einzuwerben. Die GEW befürchtet, dass die nötige Grundfinanzierung nicht mehr ausreichend gegeben ist. In der Breite führt das zu einem Qualitätsverlust in der deutschen Hochschullandschaft. Die Frankfurter Rundschau schrieb dazu nach der dritten Runde der Vergabe. Doch der Wettbewerb um milliardenschwere Fördertöpfe und das Bemühen, Hochschulen in effiziente Organisationen zu verwandeln und sie wie Wirtschaftsunternehmen auf dem Weltmarkt der Forschung zu positionieren, hat seinen Preis im Schatten der Sieger steht nun eine Gruppe von Verlierern, denen nach und nach die Argumente für ihre Existenz ausgehen könnten. Sie haben das Nachsehen, obwohl sie für eine exzellente Ausbildung der 2,2 Millionen Studenten in Deutschland dringend gebraucht werden. Das ist das Negative. Evaluation der Exzellenzinitiative durch eine internationale Kommission. Im September 2014 wurde eine zehnköpfige Kommission unter der Leitung des Schweizer Umweltphysikers und Wissenschaftsmanagers Dieter im Boden eingesetzt, die die Exzellenzinitiative im Auftrag der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz evaluieren soll. Die Kommission soll vor allem herausfinden, ob die forschungspolitischen Ziele der Initiative erreicht worden sind. Also etwa die internationale Sichtbarkeit der Universitäten zu erhöhen. Dabei will die Kommission unter anderem Rektoren von Universitäten interviewen, die erfolgreich und auch nicht erfolgreich Anträge gestellt haben. Um auch indirekte Effekte zu erkennen, die Geschäftsstelle der Kommission befindet sich am Berliner Institut für Innovation und Technik. Neben im Boden sind Mitglieder der Kommission die Wissenschaftler. Elke Lütjen-Dreckhol, Svante Barkmann, Marie-Luise Bechnosch, Gerhard Kasper, Simon Gechter, Christoph Kratky, Clara Nahstedt, Felicitas Paus und Daniel Scheidegger. Im Boden war bis Ende 2012 Präsident des Schweizerischen Nationalfors. Die Kommission legte ihren abschließenden Bericht im Januar 2016 vor. Die bisherige Förderung im Rahmen der Exzellenzinitiative bewertete sie als insgesamt erfolgreich und sprach für die Fortsetzung der Exzellenzinitiative die folgenden Empfehlungen aus. Die Abschaffung der Förderung von graduierten Schulen, da die etablierten Mechanismen der Nachwuchsförderung sich mittlerweile als ausreichend erwiesen hätten. Die Abschaffung der Förderung von Zukunftskonzepten, um die Universitäten zu entlasten, die bisher zur Abfassung elaborierter Veränderungspläne gezwungen waren. Die Zusammenführung der bisherigen Förderlinien auf zwei, nämlich die Förderung thematischer Exzellenzcluster sowie die direkte Ausschüttung einer Exzellenzprämie von circa 15 Millionen Euro an die jeweils besten zehn Universitäten. Untertitelung des ZDF, 2020